Hallo zu einem ersten oder zu einem kleinen Review von mir über ein Messer weiß ich schon locker etwas über einem Jahr ab und das ist das Mora Outdoor 2000 und eine neue Kamera für meine Kamera getauscht so mal gucken ob die dann jetzt einen besseren Klang hat so hier ist das Mora Outdoor 2000 ihr seht hier schon dass die Klinge etwas sich verjüngt zeigt dass man von vorne ganz gut sehen in der Wölbung die wird also auch sehr schmal und macht aber aufgrund seines Griff also macht wirklich guten Griff ist jetzt Plastik ist jetzt Plastik das hier ist so eine Art Gummi Einlage und deswegen liegt das Messer so gut in der Hand so zeigt mal wie man damit oder wie das arbeitet hier oben in der breiteren Stelle so jetzt kommen wir zu der kommen zu der schmalen Stelle und der Klinge die ab hier losgeht sag mal so zu nach 60 Prozent der Klinge und da weiß ich nicht was sich Mora dabei gedacht hat ich gehe mal davon aus dass das so eine Art ja so ein Hybrid sein soll zwischen einer ganz normalen Holzbearbeitungsklinge und hier dem Food Preparation also Nahrungsmittelzubereitung und das geht so butterleicht und butterweich durch das Holz das ist also ich kann mir wirklich nur vorstellen dass es hierfür Brote zu schmieren oder Wurst zu schneiden Käse zu schneiden vielleicht auch falls man das darf ja wild zu häuten oder Tiere zu vielleicht zu zerschneiden und so weiter also weil das ist wirklich das geht so butterweich durch das durch solz wenn das jemand weiß warum das so gemacht wurde bitte posten würde mich mal interessieren ansonsten das ist eine stainless steel klinge also rostfrei wir sehen wie das hier weg geht das Messer wiegt um die 95 Gramm Klinge und Griff sind jeweils 11,5 Zentimeter lang also 23 Zentimeter im gesamten Durchmesser das Messer wiegt ich glaube 95 Gramm und mit dieser Scheide und zu dem muss ich jetzt mal gesondert was sagen mit dieser typischen Plastik Scheide von Mora 230 Gramm jetzt komme ich mal mit der Scheide zu euch denn das ist eine Scheide übrigens das Messer auch ist für rechts und für Linkshänder geeignet ihr seht es ist symmetrisch und das Messer kann hier mit genauso gehalten werden wie hier mit und aufgrund dieses ja Liter Riemens lässt sich das rechts und links befestigen wirst du mit ein rechts oder und links Händermodell am Anfang habe ich gedacht was soll das das ist doch pot hässlich aber das hatte seinen Sinn ja ob das man das jetzt als Neckknife unbedingt benutzen will, kann oder möchte möchte ich nicht drüber nachdenken ich stehe nicht so auf Neckknives zum Betonning würde ich sagen ja bedingt ich bin jetzt so ein bisschen von dieser von meinem ursprünglichen Gedanken weg dass man mit Messer nicht betonen sollte aber angenommen man muss es einfach weil man ja die Orientierung verloren hat einen Unfall hat und muss eine Nacht draußen bleiben wenn man halt damit betonen muss muss man es halt man muss sich jetzt gucken oder will ich jetzt sehen ob das geht ich habe es schon mal bei Equip to Endure ich kenne wahrscheinlich auch viele von euch bei Equip to Endure gesehen allerdings der geht da mit diesen mit den Messern immer relativ rabiat um und ich merke gerade ich habe mein Headset noch an das ist eine typische Krankheit von mir vom LKW fahren so wollen wir betonen, oder? so Okay. Na ja, macht sich nicht schlechter als jedes andere Mora-Messer. Feathersticks sind natürlich damit auch möglich. Ich habe euch gezeigt, wie einfach das Messer durch das Holz gleitet. Und Feathersticks sind selbstverständlich damit auch möglich, das ist klar. Ich halte dieses Outdoor 2000 eher so eine Art kombiniertes Messer für leichtes Bushcraften. Durch Feuerholz zubereiten. Allerdings jetzt nicht mit den großen Holzstücken, die zu betonen. Feathersticks herstellen. Vielleicht auch ein bisschen Äste von der Rinde zu befreien. Was allerdings nicht so wirklich gut geht, wie ihr seht. Da kann das zum Beispiel mein PLSK-1 eine ganze Ecke besser. Und das ist das Problem, ich nehme mal an, dass es das Problem ist, dass es Stainless Steel ist. Das hat keinen wirklich hundertprozentigen 90 Grad Winkel. Allerdings muss ich dazu sagen, das ließe sich ja auch beheben. Ein Feuerstall damit abzuziehen ist schwierig. Ich zeige euch das mit meinem PLSK-1. Und jetzt hier mit dem Outdoor 2000. Das geht auf der Rückseite gar nicht. Also auf der hinteren Seite geht das gar nicht. Allerdings mit der vorderen Seite. Allerdings nicht mit der Klingenseite, sondern schon noch mit dem Klingenrücken. Also es geht schon. Aber es ist kein Vergnügen. Daher denke ich nicht, dass es so ein richtiges Bushcraft Messer ist. Vielleicht auch eher eine Designstudie. Und ansonsten mag ich das vom Design her. Viele haben darüber gemeckert, haben gesagt, wie kann man denn sowas machen. Und da gibt es eine andere Version von. Also eine Art Zwischending zwischen dem Mora Bushcraft oder Bushcraft Reflex und dem hier. Da haben die einfach an dem Mora Bushcraft Messer diese Klinge dran gemacht. Und ja, ich weiß nicht, ob das teurer ist. Ich würde es mir auch nicht kaufen, glaube ich, oder? Vielleicht bin ich ja mittlerweile ein Mora-Sammler. Wird da was ein. Weil ich kann ja, ich kann es einfach nicht lassen, über Serrations zu signieren. Sieht her. Zopp und durch. Und das geht mit Serrations nicht. Die so praktisch einhändig zu schneiden. So. Fazit. Von diesem Messer. Wirklich liegt auch sehr gut in der Hand. Fazit für das Messer. Als Backup. Fest beim Messer im Wald. Ist das eine feine Sache? Auf jeden Fall. Messer kostet so um die 36 Euro. Bei HK GT natürlich. Kaufempfehlung. Weiß ich nicht, ob ich hier aussprechen würde. Den gleichen Job, den das Messer macht, macht auch das Mora 510 Black. Aber für den Mora-Sammler, das hat mit Sicherheit ein schönes Messer. So. Das war's. Ich hoffe, diesmal ist die Aufnahme besser gelungen. Vor allen Dingen das Mikro. Der hat nämlich jetzt eine Sony-Kamera. Und die soll, so steht es in der Online-Beschreibung, einen Surround-Sound haben. Vielleicht hat einer von euch eine Surround-Anlage und sagt mir, ob das stimmt. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertungen, Kommentare werden sehr gerne gesehen. Das wisst ihr. Neues Subscriber natürlich auch. Lasst von euch hören. Danke fürs Zuschauen. Und danke für die Zeit, die ihr dafür aufwendet, meine Videos zu gucken. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.